Aufgabe. Ihr Kind hat schlechte Noten in der Schule. Die Klassenlehrerin hat Sie zu einem Gespräch eingeladen. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Ihre Reaktion. Termin für Gespräch. Über was möchten Sie sprechen? Kind mitbringen? Die Lösung. Sehr geehrte Frau Meier. Hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Noten meines Kindes eine große Überraschung für mich sind. Deshalb möchte ich mit Ihnen möglichst bald einen Termin vereinbaren. Allerdings kann ich wegen der Arbeit nur nachmittags zu Ihnen kommen. Über die Schwierigkeiten meines Sohnes würde ich mit Ihnen sprechen, damit wir ihn unterstützen können. Ich habe eine Frage danach. Soll ich ihn mitbringen oder sollen wir uns erstes Mal alleine treffen? Über eine baldige Antwort würde ich mich freuen. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen. Dominique McGregor. Dominique McGregor.